hallo liebe minecraft freunde yamato hier ja ich höre mich einfach mal ganz anders an ups das war meine schublade ja ich höre mich heute von mir ganz anders an was ist denn hier los na ganz einfach ich habe seit heute seit heute ein neues micro und zwar kurz ein bisschen smash und zwar das zielbauen sc 440 usb und da dachte ich mir okay gut das macht immer kurz eine runde testaufnahme mit smash da ich einfach wissen wollte wie das mikro dann ist so ist hier um eine freie lobby volkano meine lieblings mit bis jetzt hätte ich mit dabei schade ich kann sie machen wir hier mit rein vielleicht scheint ja noch einer jedenfalls ich habe ein neues micro habs mir gegönnt denn mal ein bisschen geld rein zu stecken in die qualität also ein bisschen geld erleben das ist interessant und dachte mir okay gut dachte mir okay gut jetzt testest du es einfach mal wie es denn ist ich werde hier noch ein zwei dinge ändern müssen zum beispiel ein popschutz brauche ich noch ich brauche noch einen boden ständer so dass das ding am boden steht derzeit hängt das ding an dem tisch ständer und dadurch naja jedenfalls es ist für mich mal was neues mit dem kondensator mikrofon aufzunehmen ich muss hier mit der tasse ein bisschen klarkommen da das ist ja alles völlig neu für mich ist nur aufpassen dass ich hier nirgends nur aufpassen dass ich hier nirgends runterfliege so würde ich sagen wo bist du denn na da ist er ja was war das gerade schön dass mit mir kuscheln will naja scheiße aber 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 bin doch so empfindlich das ist wieder die bombe ne ja jedenfalls das ist erst mal eine neue erfahrung für mich vor allem da ich jetzt ein neues aufnahmesetup ja stimmaufnahme ab sofort mit oder city schmeiß das ding jetzt mal weg ähm ja jetzt habe ich gerade ein bisschen den faden verloren tut mir leid ja stimmaufnahme mit or city geben aufnahme selbst jetzt weiterhin mit fraps sand nails und rennen ist klar alles adobe also photoshop und premiere das bei bauern verändert aber halt eben neu ist halt jetzt halt eben das kreis hat im mikrofon die bauen bin tot selbstmord ich hatte genug von der welt ich hatte genug von dieser welt deswegen ging ich jetzt meine runde sterben auch ich habe mit mir auch noch mit drinnen ganz vergessen kommt die sterben dort folge sterben dieser deine scherben was vielleicht noch schauen müsste wäre monitoring dass ich mir selbst ein bisschen höhere und dass die möglichkeit ich bin gerade ein bisschen mit entfernung zum mikro ja so schnell wirst du mich nicht los oder vielleicht auch doch naja egal ähm es ist jetzt rein nur eine aufnahme mit dass ihr merkt dass ich jetzt auf einmal neues mikro habe und auch mit der neuen microsoft folgen ich werde es in diesem neuen mikro aufnehmen das gleiche gilt dann auch für örtb muss nur schauen ob das dann vom links angenommen wird von fraps auch wenn ich dann leichtes rauschen mit drinnen habe aber ansonsten ich muss sagen schade habe ich nicht erwischt so hier und da war hier einer ich glaube ich kann fliegen äh kommentare bleiben immer noch die gleichblöden oder ja muss das gleichblöden von den kommentaren her ändert sich eigentlich nichts die kommentare gleich immer noch der gleiche warum muss ich dann dauernd so viel atmen ja gut atmen wusste mensch komm, geh sterben ähm da wollte ich das eigentlich nicht hin so wollte ich hin da hin, da hin nun gut ähm ich hatte mir eventuell auch ein ding zu überlegt ein 50 äh ne 50 abo es ist ja schon zu spät ein 100 abo special und zwar werde ich dann ähm und zwar werde ich dann nein, Roomto mache ich keine das ist privat das mache ich nicht ich ähm ich werde dann stattdessen 10-20 Minuten zeigen wie ich meine Aufnahmen mache allerdings muss äh allerdings muss äh allerdings muss ich auch darauf achten dass äh ich dann eventuell mit dings aufnehmen mit Open Broadcaster Software oder Service oder wie das immer heißt äh dass ich dann nochmal das Test auch nochmal in Odyssey machen kann um zu zeigen wie ich meine Aufnahmen mache aber die Spuren dürften synchron sein habe ein gutes Gefühl bei der Facher Leiste ja ist klar ah ah tschüss naja gut ähm back to lobby ich trenne jetzt wieder die Verbindung äh und öffne und öffne ja ist eine gute Länge geworden bin zufrieden also ich hoffe ihr freut euch jetzt über mein neues Aufnahmesetup auch wenn ich noch an gewissen Dingen arbeiten muss aber das wird schon gut dann bleibt mir nichts anderes übrig als tschüss zu sagen danke fürs einschalten und wir hören uns dann in der nächsten Folge AOTB beziehungsweise dann in Minecraft Folge 2425 äh dann ebenfalls mit neuem Mikro aber verratete Skylab hehehe Nun gut, bis dann. Tschüüü.